das ist richtig du mal packen wir hier erst mal hin haben wir irgendwo noch ein ganz weil man das war ja nun halber karton noch mehr pizza und wir müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren wir müssen wir noch mal kurz nach bestellen und wir haben nicht mehr 400 du bist du bist ketchup wie du bist heute soße bis heute soße so heute soße geht da hin was wirst du ich habe auf jeden fall mario packen wir hier rein mario ist auch kleine packung packen wir hier rein so guck mal kurz heute soße müssen wir haben milch müssen wir haben das heißt wir prügeln dass man ihn kurz ist auch das ja wir brauchen unbedingt danke wenn das mal kurz alles hier rein egal ist im voll was bist du denn ist die kühlschrank der muss auch in der frise okay die haben ja schon stehen also zwei sachen noch das heißt wir müssen eigentlich aufmachen dann machen wir dich jetzt mal hier vorne wenn man sich können wir eigentlich auch einsortieren das wäre ja wesentlich einfach du bist auf jeden fall da du bist da du bist da du bist da ich habe noch gar nicht da oder so wie voll ach das muss voll noch gar kein tief gut vorhaben haben nicht gerade ein so die noch hier waren da der muss hier mit stehen ach nee wir hatten ja ja sorry das lag das lager ist voll heute soße das lager wird wahrscheinlich auch voll sollen das heißt wir müssen gleich mal kurz aufmachen und gucken dass wir den mist da auch noch irgendwie rein kriegen den müssen wir daran machen wir machen mal kurz auf dem ist wieder gleich die tippkultur noch bestellen können irgendwo noch was hingekommen mal ein platz könnten wir noch frei machen aber das ist auch schon schwierig das weiß auch nicht wohl mit der tippkultur keine ahnung nein stopp 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 ich habe die preise noch nicht gemacht ich habe die preise noch nicht eingestellt 430 ich habe die preise noch nicht gemacht 3 40 maio 10 50 so muss aber ein link um 6 witzig machen wir mal egal wo stellen wir die anderen tiefkultur so open open store das heißt wir haben so viele kühlschrankplätze jetzt können aber nirgends für die tiefkultur haben wir brauchen dafür 402 kaufen super passt perfekt ich weiß bloß nicht wohin damit müssen wir sind mit dem bank jetzt alles nichts so mein kurz beiseite mein kurz preise 8 euro 70 70 nicht 78 8 euro 70 und schon hängen wir haben hinter und du gehörst auch mal rein keine an 10 euro 40 machen wir mal und der ist aber alle das heißt den können wir da jetzt gar nicht mehr reinpacken dass wir haben hier eigentlich schon zu viel das heißt die pizza und müsste ich ja den karton haben wir die pizza schon einsortiert pizza haben wir schon einsortiert alles klar pizza haben wir schon einsortiert haben wir die schon einsortiert ich glaube ja das heißt den müssen wir auch erstmal beiseite stellen das ist die neuen sachen kommen hoffentlich auch gut an da könnte mir vielleicht auch noch eine vorstellen aber im moment müssen die andersrum stehen hand sei zu teuer die haben wir auch noch die haben wir auch noch hin damit und damit ich glaube wir haben wir noch nicht einsortiert da können wir erstmal zwei stück rein machen das sind alles zwei bis auf die davon dann machen wir die da rein manche voll das lager das auch fast voll mit den nächsten müsste das auf jeden fall dann soll sein das hier ist auch fast voll also das nächste was wir kaufen müssen wäre lager abschnitt die müssen jetzt schon so viel einräumen sonst ist alles gut irgendwie geht an der kasse gar keiner rein oder habe ich sogar das gefühl warum stellen die sich alle nur die kassen sind voll nein hier ist eine kasse vorher hat das auch mal geklappt also warum klappt es denn jetzt nicht warum klappt das ist gar nicht ich kann nicht schatz ich bin gerade mitten in der aufnahme und man hört das machst du das machst du bitte die tür zu du solltest du nicht so was angucken müssen wir beide zusammen ist irgendwas im weg was ich jetzt gar nicht sehe sind die zu dicht aneinander oder warum aber das hat doch vorher auch immer geklappt also wo ist jetzt das problem wo ist jetzt das problem wenn man sich packen wir mal kurz ein ich habe noch mal kurz hier um mir hin das heißt ich packen wir jetzt mal kurz dahin so jetzt müssen sie sich noch alle anständen oder ach die kasse ist geschlossen warum ist die kasse geschlossen warte mal denn warte hatte warum auch immer ich habe dann glaube ich schon irgendwie eindruck so ja endlich Gott sei Dank ich habe schon gesagt dass ich jetzt sogar mal eine bühne würde hier wenn sie da mal weg gehen das wäre sehr hilfreich danke da hat er also die ganze zeit gar nicht gearbeitet oh gott das auch noch hä oh fuck alles klar so 9 euro 10 danke für ihren einkauf die katzen sind voll ja das sehe ich dass die kostenvoll sind ich bin dabei abzuarbeiten bleibt locker würden sie immer alle ganz genau bezahlen oder alle mit karte bezahlen würde das alles gar kein Problem alter oma du hast aber auch 195 80 hast fast die 200 geknackt 41 40 vielen dank für den einkauf jetzt wollen sie es aber wissen 150 na siehst du geht doch ich weiß dass meine kassen voll sind ich kann es aber leider nicht ändern es ist einfach zu viel los morgen feiertag oder sowas danke denn läuft das doch schneller wenn ihr das einfach so bezahlt 120 10 wir haben noch schnell abgearbeitet ich weiß gar nicht was ihr habt also hätte ich auch eine ponte aber egal 1 2 3 4 dankeschön so und noch 25 den dank für den einkauf wir machen die kasse ja zu na gott sei dank jetzt hast du ein bisschen schon gefragt wenn es dann nicht so weit ist dass du aufsteigst aber wir haben jetzt schon wieder geschrieben so seid ihr fertig ne ihr seid auch noch nicht fertig das sage jetzt wahrscheinlich völlig hier es geht tatsächlich es geht das ist das eis wo haben wir denn das eis hin ach da oh die pizza die pizza die pizza die pizza die pizza die pizza 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 einmal voll machen einmal leer machen und da haben wir uns ein platz auf jeden fall schon mal gespart so ein platz haben wir uns schon mal gespart der kann jetzt da rein die pizza kann da auch jetzt noch rein milch 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 kann da auch rein super duper die haben wir noch nicht die vergangenen hier also so vor sich hin 24 gut ich habe das auch nicht gesehen dass denn diese schild hatte man nicht nervt mich ja ihr macht das richtig gut also drei kühlschränke mit dem nächsten update haben wir die rechnung bezahlt nein haben wir auch noch nicht na gut drei kühlschränke ich weiß nicht muss das bier im kühlschrank lehmann wir werden und bbb hubro ist ein fass rakte und der muss gar nicht gruschen oder ja es geben das mal wieder leider ausschuldigung aber es so müssen diese god fertig sein wer lieber fertig jungs fans die da ralfi musik also ihr seid ja gerade noch beides langen lager zu machen ihr seid gerade noch dabei ein regal haben wir noch aber ich möchte das gerne so sortiert lassen das ist wirklich gut so brauche ich mir nichts ausschreiben ich weiß hier okay man davon hätte auch noch die hälfte gereicht die könnten wir denn nachher auch noch irgendwie die hälfte reicht davon glaube ich von den beiden ob das hat sich jetzt auch mittlerweile eingespielt ich glaube davon würde es auch reichen wenn wir davon viel hätten hier würde auch noch die hälfte von reichen also das heißt große würden wir tatsächlich noch unter müssen wir mal gucken müssen wir mal gucken ja also dass das kaufen die blöd hier ja aber erstmal muss ich glaube ich ich muss glaube ich erst mal die laden erweitern bevor ich jetzt irgendwie großartig was mache ich glaube das müssen wir erst mal darauf hinaus sparen aber das ist jetzt die ecke dann dann hätten wir wieder regale dann könnten wir eigentlich wohl einsortieren der alkohol eigentlich die sortierung im endeffekt ist eigentlich glaube ich egal ich glaube das funktioniert sowieso so sind die jungs jetzt fertig die olle flasche mir zu ja elf kunden haben sie beschwert 73 sind heute hand sein für toilettenpapier schwarzer kaffee an zwei toilettenpapier schwarzer kaffee hand seife 2 euro 70 schwarzer kaffee schwarzer kaffee schwarzer kaffee dann machen wir 8 20 von wir müssen unbedingt nach kaufen und nudeln was soll es noch hand seife schwarzer kaffee und ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr so hand seife schwarzer kaffee und was war das noch hand seife haben wir hier schwarzer kaffee aber irgendwas war das noch das waren noch drei sachen ich bin jetzt ganz blind sie ist einfach nur nicht hand seife toilettenpapier nettenpapier war es den dollar 90 was 17 dollar denn man zu ok also wir müssen hier auf jeden fall noch mal drei noch mal nach bestellen drei haben wir auch drei einmal gehen irgendwas noch was mega doll leer ist ich glaube jetzt kann ich nur also ich würde sagen die pizza ist alle an die da müssen wir noch so denn einmal hier 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 2 2 da dafür nichts dafür auch nichts hier sind zwei haben hier 1 1 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 z 6 2 2 ich habe keine ahnung naja gut wenn da jetzt mal nichts ist das auch in ordnung 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 hier finden zwei von hier viel gar keiner von hier finden zwei von hier viel gar keine 22 dafür muss ich unbedingt er kann da auch weg 22 dann hätten wir beziehen fertig dann müssen wir jetzt nur noch da machen gucken wir mal in kurz 86 das fliegt durch die weltgeschichte